Weihnachten ist eine schöne Zeit für Familie und Freunde. Lassen wir uns von Jesus Geburt inspirieren. Wir freuen uns auf die Menschen, die das mit uns teilen. Armut heißt nicht immer selbst schuld dran sein, sondern meistens sind die Umstände dran schuld. Die Geburt Jesu ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt. Stress ist sehr ungesund für den Körper und die Seele. Und doch, wir Menschen machen Stress auch in der Familie. Glaube ist etwas Spirituelles, Nachdenkliches. Weihnachten ist auch eine Erinnerung. Erinnerung an die Menschen, die nicht mehr bei uns sind, die wir geliebt haben, auch aus unserer Familie oder Freundenkreis. Weihnachten ist ein Zahn. Make a Chance Weihnachten ist eine sehr schöne Zeit, vor allem, dass man mit der Familie zusammen feiern darf und gerne feiert. Wir Menschen, wir sind alle zufrieden, wie lange uns allen gut geht. Das ist uns allen sehr wichtig. Spannung. Ja, die sind alle sehr schönes und denken, da ist die Arbeit zu machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020